Yo Leute, euer Keesbäusch in der Bag am Stadtverhof Hey meine lieben Freunde, heute mache ich das krasseste und kein YouTuber hat das nie gemacht als je zuvor Und zwar Leute, ich habe mir überlegt, ich mache einfach heute 10 verfickte Videos Und ja ihr habt es richtig gehört, 10 verfickte Videos mache ich heute Leute Weil ich habe einen Bock drauf, ey Also Leute, ich habe schon ein paar Videos hier gedreht Das ist jetzt das Infovideo, das wollte ich jetzt rausgeben Das gehört auch mit zum Video Und ja Leute, 10 verfickte Hurenvideos, Leute Dann sage ich einfach mal, wir sehen uns gleich beim Video Ciao Leute Ja Leute, echt 10 verfickte Videos, ey Richtig krass, ey Äh Okay Leute, sagts Ciao Okay 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 Okay